Äh, sind die jetzt schon weggehalten? Achso, warte, das war gleich auf der Auffassung. Oder? Da hinten. Ah, da hinten. Ja, da war noch viel Holz. Wir holen noch mal eine Ladung. Ich schau dir mal zu, ja. Das ist aber lieb von dir. Weil das Wasser ist gerade so schön. Mhm. Es ist wirklich türkis. Der Hei ist hinter dir, ja. Oh nein. Was soll ich machen? Spielst du doch Raft? Schneller! Hilfe! Schneller da da! Schneller! Okay, er ist ein bisschen... Er schwimmt gerade woanders hin. Achso. Vielleicht schaue ich nicht so gut aus. Vielleicht schaust du zu gut aus, zum Anbeißen. Ah! Jetzt ist er da wieder. Okay, ich bin schon da. Wir können weiter. Ah, warte, willst du nicht zuerst die Mission? Klick. Wir müssen ja gar nicht mehr zum Posten, wenn wir... ... eh schon was rum. Ja, jeha, würde ich sagen. Ich hab einfach mal abgestimmt. Oh nein. Es ist genau die gleiche Karte, wo wir vorhin hin mussten. Mächstes sind wir gleich in der Nähe. Bei mir schaut das jetzt aber anders aus. Schau mal. Warte kurz. Wie kann ich dir das jetzt sagen? Siehst du die? Mit rechts da... Also... Was ist deine rechte Maustaste? Ich hab keine Ahnung. Wo ist meine Ahnung? Schaut deine so aus? Nein. Wohl. Wir waren doch. Oh nein. Nein, nein. Es beginnt schon wieder. Schnell weg hier. Was? Die Musik. Hast du es nicht gehört? Hast du es nicht gehört? Ja. Die Musik. Was war das? Ich weiß nicht, wo es ist, aber ich muss hier weg. Ich muss weg hier. Es ist nicht so. Ey, ich muss weg hier. Geh. Sie müssen das allein nicht schaffen. Wieso rede ich eigentlich so in Dialekt? Hilfe. Das weiß ich nicht. Ihr Schweine. Was hat es denn das für Schürfeleid? Was hat es denn das für Schürfeleid? Was ist denn da hin? Bis jetzt auch wegfallen? Ähm. Sagen wir mal ja. Nana! Ich hoffe ich bin hinter dir. Nein du! Blub-blub-blub. Ich bin direkt hinter dir. Ich komm! Alles gut. Oh nein, die kommen auch. Ich laute mal eine Kanonienkugel. Dann machen wir mal so eine rotes Signalfeuer. Das klingt gut. Haben wir nicht die ruhige See ausgewählt? Eigentlich schon. Ah, fast. Das gibt's doch nicht. Immer ein bisschen weiter runter, als du es normalerweise schießen würdest. Ja, ich fahre uns jetzt da weg. Kannst du... So. Ich bin an Bord. Puh, okay. Ich fahre uns weg, okay? Ja, passt. Vielleicht tust du währenddessen noch ein bisschen das Schiff reparieren. Hi, Captain! In welche Richtung sind wir überhaupt gerade? Jetzt, im Moment, nach dem 180, weiß ich gerade gar nicht. Weg. Hätte ich gesagt. Oh ja, jeder, die sch... schiessen uns da Löcher rein. Ich fahre einfach einmal in die Richtung. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Nein! Achso, ich dachte... Hä, wieso fahren wir nicht mal? Sind wir einfach irgendwas aufgelaufen oder? Hast du den Anker noch? Ich hab den Anker noch vorher gelichtet. Ich sag's gleich aber nicht runtergehauen. Ich sag's gleich, aber nicht runtergehauen. Oh, bist du deppereit. Die hauen uns da alles auseinander. Brauchst du Hilfe? Dabei geht's noch, dabei geht's noch. Jetzt fahren wir gerade an einer Insel vorbei. Ja. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir's jetzt abkämpft haben. Und vor allem irgendwie gerade in der Ankerse gehen. Oder auch nicht. Und das komm ich wohl schwören! Nein! Nein! Gibt's noch irgendwo eins? Sicher, da unten wieder. Aber dabei ist alles unter Kontrolle unten. Denk ich. Hallo! Die schießen einfach auf die Finger. Boah! Das ist krank scharf. Boah! Fangen die jetzt in uns ein? AAH! Verdammt! Ich bin vom Schiff verarbeitet. Nein! Soll ich Anker sch... Bei den Sonnen? Bitte! Wie geil! Ich seh sie nicht. Da ist dieser Riesenhai. Ein Riesenhai? Ja. Ach du meine Güte! Hast du mehr gesehen? Das ist ja... Das ist ja... Ich weiß nicht, ich glaube ich hab das falsche Spiel bekommen. Was macht denn jetzt ein Megalodon hier? Oh nein, du bist schon wieder tot! Ich habe nicht bedacht, dass ein direkter Impact einer Kanonenkugel doch stärker sein könnte als erwartet. Wo sind wir da nur gelandet? Bist du wieder an Bord? Ja, aber ich geh jetzt auf Erner Schiff! AAH! So nice! Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil da ein Megalodon neben uns her schwimmt! Ja, das wird er sein! Ich verstehe gerade nicht ganz was passiert ist. Ich werde gerade auf einer Schiff rumgerufen, weil ich sie gerammt hab. Und dann müssen wir zur Familie gleich geladen und dann war ich wieder auf unserem Schiff. Hä? Ist es etwas, wo ich nicht drauf dürfen oder so? Ja, genau. Oh nein, jetzt könntest du mal aufhören unser Schiff dazu versenken! Ich habe den Krisen hier. Ahhhh. Hört mich doch an. Es sind Ratten auf dem Schiff, die wollen nicht ertrinken! Ich hab mal da dumm, da ist ein anderes Schiff. Das darf uns das helfen. Wo haben wir hier noch ein Loch? Ich seh keins, aber wir kriegen noch irgendwo, wo Arian. Vielleicht wieder zwischen den Taschen? Ach da, drüben. Hör dir jetzt. Komm, träg ich mich um? Ist schon wieder was kaputt. So. Weiter ein anderes Schiff. Ich fahr da jetzt einmal hin. Vielleicht sind die bereit, uns zu helfen. Hä, ist jetzt schon wieder unser Anker abhängig? Ach so. Das ist eine Bombe. Da gibt es anscheinend eine Bombe, die unseren Anker runterlässt. Was ist denn das doch für ein Glitzer, auf den wir zufliegen, äh, zufahren? Ich weiß nicht. Das ist das nächste Gaster-Schiff. Ist das doch nachrichtig. Ja, ich will eigentlich zu dem Schiff hin, weil ich mir gedacht hab, vielleicht helfen uns die. Ich hab eine Donnerbombe raufgehauen auf das Schiff. Boah, ah, ich bin am Schiff, ich bin am Schiff, aah! Ich stirb, oh nein, ich stirb! Ich hab' mir an der Kanonenkugel entladen. Sehr gut, Captain! Ich bleibe auf gleichem Kurs wie ihr! Ich bin tot. Gut, dann fahr' ich mal in den anderen Kurs. Ja, aber man kann überblicken, der kommt, wo wir grad vorhaben. Ja, vier, ja, man. Äh. Oh nein, unser Dach-Steuerradio ist zu kaputt. Ich bin gerade... Sehr investiert hier unten. I'm sorry. Das macht nix. Ihr wünscht, wir konnten da irgendwie weg, ja. Mir macht Spaß. Weißt du, das ist eine Geschichte, die können wir noch unseren Enkeln erzählen. Ihr werdet es nie glauben. Da war einfach so ein Schiff. Und dann war da so ein fette Hai. Meine Güte, alles auf einmal! Ich bin ja schon wieder... Ich bin ja nur mehr dran. Die haben da an unseren Anker auf, das nervt voll. Was ist denn jetzt eigentlich da, dieses komische Licht, wo wir gerade daneben sind? Das weiß ich nicht. So. Hä? Donnerbombe! Komm schon, komm schon. Und... Ui, ui. Ah, ah, nein, ich erwische sie gerade nicht. Warte, ich fahre schon so. Jetzt, 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 jetzt. Go! Ah, nein! Mist. Ich glaube, das hat sie gerade nicht erwischt. Oh, jetzt kommen wir zu dem anderen Schiff. Vielleicht trauen sie sich da dann noch zu. Das ist ja noch ein grösseres Schiff da drüben. Ja. Let's go! Äh. Das ist ja auch ein grösseres Schiff. Schaut's aus. Ich fahre einfach mal voll grös ein. Was hältst du davon? Also, als jemand, der hier gerade Reparaturarbeiten vor sich hat, bin ich kein... Fürsprecher. Aber ist jemand, der Abendfeuer mag? Ich hab's ja aufgespießt. Ich hab's ja aufgespießt. Da kommt schon wieder hier Wasser rein. Sorry, ich glaube, ich hab heute unser Boot ziemlich kaputt gemacht. Äh, ist okay. Der Käpt'n weiß, was richtig ist für das Team. Äh, 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 äh. Ich würd's dann nicht auf nie vertrauen. Ich würd's nicht mehr Käpt'n weiß. So, irgendwo haben sie schon wieder hochgeschossen. Ah, ich hab Anker schon wieder. Irgendwo haben sie doch gerade... Ich hab mir einen Anker drauf gemacht. Ah, ich hab was da reingelärt ins Schiff. Fäh. Boah, boah, eins nach den anderen, hä. Beruhigt's euch. Ich glaub, wir haben jetzt einfach wirklich zwei Schiffe auf uns gehetzt. Sorry. Oh nein, sie kommen direkt auf uns zu. Prepare for trouble and make it... Wow, wow, da ist ja so viel Schaden. Ich seh ja nicht einmal, wo der Schaden ist, so viel Schaden ist hier. Ich bin... Oh, wie gestößt. Oh, wie gestößt ist. Ich bin schon fast tot. Ui. Ai, 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 ai. Komm schon, komm schon. Puh. Ich hoffe, ich kann irgendwann einen besseren Kübel kaufen. Ich hab wohl den guten Kübel, glaub ich, das ist auch schlecht. Ich glaub, darin werde ich auch als nächstes investieren. Guten Kübel. Aha, wir sind ja schon wieder vor Anker. Nervig. Oh nein! Unser Anker kann einfach nicht mehr verwendet werden. Okay, das passt. Was? Weißt du was? Ich halt mich einfach jetzt nicht mehr zurück, ne? Ich schieß dir alle nieder. Ich sag's doch gleich. Schieß dir nieder! Ich mach euch alle fertig. Ich glaub, wir kriegen das dann bald runter. Nicht ohne vorgekämpft zu haben! Frontalangriff, let's go! Uh, das brauchte ja eine Vorladung. Boah, das war Feuerwerk. Ich glaub, das bringt leider nichts von, was ich mit Feuerwerk abschüsse. Ah, verdammt! So, warte. Vielleicht, stay, tut's sie ein bisschen stunnen. Vielleicht denken sie sich, oh hübsch! Oh je. Boah, die haben einfach gleich drei Kanonen auf einmal. Warte. Mist. Wir brauchen ein größeres Schiff. Oh nein, Kiwi! Oh nein! Ich hab ja gesehen, wie deine Seele deinen Körper verlassen hat. Hey, wir haben ein Schiff versenkt! Wir haben uns versenkt, Kiwi! Wuuuh! Welches? Das Kleine? Das Kleine! Das ist tot! Und da und da, schätz, einer, der ist Feuerwerk! Was ist jetzt? Unser Schiff ist auch gesunken. Wirklich? Es steht, dein Schiff ist gesunken und die Karten sind verloren. Lol. Weil, ich bin einfach nicht da. Aber ich kann nichts mehr da. Vielleicht war ich das gegnerische Schiff. Die ganze Zeit über! Na, aber jetzt ist es wirklich ganzes Schiff. Oh. Das ist sad. Verbrechen. Anyways, wir haben einen echt guten... Echt guten Problem. Oh, das schaut krass aus. Wir haben ein Schiff versenkt. Wir müssen einen Screenshot machen, das schaut richtig krass aus. Boah. Oh, Entschuldige. Oh, na! Ich bin geradezu in-Character. Äh, und was ist jetzt mit mir? Hm? Ich weiß nicht, ich schwimm einfach im Meer rum. Oh. Na. Bei mir steht, du bist auf der Insel. Aber ich bin locker nicht. Du bist... Warte, ich schau... Ich schau... Ich schau... Ich schau... Ich folg deinem Namen. Na, 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 warte mal. Da ist die Meerjungfrage. Da ist ja ein Schwein! Ein Schwein! Ein Bibi-Schwein! Ein Bibi-Schwein! Ein Bibi-Schwein! 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 Komm her! Bibi-Schwein! Bibi-Schwein! Wo ist das Bibi-Schwein? Was ist das Bibi-Schwein? Was ist das Bibi-Schwein? Ich brauche einen Schopfbraten! Oh, was ist denn das da? Oha, ich habe das Bibi-Schwein nicht erlebt. Nur Schwein! Hey, da ist wer? Wer? Was ist das denn? Deadshot Charlotte. Schießpulverfass! Willkommen! Man nennt mich Deadshot Charlotte, die Kopfgeldjägerin. Wenn du nah genug bist, um mit mir zu sprechen, dann nur weil ich dich verschont habe. Ah! Nein! Lass los! Ah! Wie lasse ich's denn los? Das Lärmler! Kannst du gut schießen? Oh mein Gott. Das lief nicht wie geplant. Was hast du gemacht? Mich in die Luft gejagt mit einem Schießpulverfass. Oh je. Was ist denn da? Was ist denn da? So. Was bist denn du? Eine Meerjungfrau! Ja, das ist die, das klicken musst, damit du wieder zu verhästig. Aber ich bin gerade auf der gleichen Insel wie du. Wieso ist die Meerjungfrau trotzdem da? Oder dieses hässliche Ding. Ich stehe vor dem Schiff. Ah, warte. Vielleicht ist es eine andere Meerjungfrau als die, die jemanden. Achso, nahe früh. Das ist eigentlich die Respawn Meerjungfrau. Das schaut... Hä? Was ist das denn? Hey, Nana, schau mal! Ich glaube da ist irgendeine freaky Statue im Wasser. Ah ja, die kann man auch sammeln. Schaut da aus. Ah, wenn ich zu nahe komme, verliere ich Leben. Ah ja. Schau mal her. Die da. Ich glaube die Kammer, die muss man bekämpfen. Und dann... Boah, bist du hässlich. Irgendwas. Hilf mir mal. Okay. Okay, ich bin tot. Oh! Banan! Was ist das? Oh, das könnte man brauchen. Mhm. 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 Irgendwohin am Tod. Hast du jetzt schon die Statue erledigt? Nö. Muss ich die einfach bekämpfen, oder? Ja, voll. Du kannst einfach mit dem Schwert, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man es mit der Pistole auch bekämpfen kann. Käpt'n Jacques war eine allseits beliebte Piratin, ein charismatischer Darm mit einer Vorliebe zur gepflegten Konversation. Den von Umbra gesammelten Notizen ist zu entnehmen, dass Jacques eine kleine Auszeit von der Seefahrereinnahme und ihre Freunde sich schrecklich vermissen. Und nun müssen wir sie finden. Ich glaube alleine kann ich nicht zerstören. Bitte? Ich glaube alleine kann ich nicht zerstören. Uh. Oh, sie fängt langsam an, sich anseinander zu nehmen. Ah! Boah! 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 Das war close. Du blöder Hai! Ah, da kriegt man solche Rubine. Mehr Jungfrauenrubine. Krass. Ich sagst du, du blödes Haifischviech. Das gibt's ja nicht! Du grauslicher! Du kannst mich nicht so erschrecken! Wir sollten jetzt umgehen. Ich hab Heifleisch. Ich hab Heifleisch. Ich hab Heifleisch. Weil wir haben einen Meerjungfrauenrubin, der bringt, ich glaube ziemlich. Cool. Ich hab grad ein Schwein gehört. Ja, hinter dir. Schweinefleisch. Das ist ja ein Curry. Ich hab' auch schon eine Schweinefleisch. Ich hab' ja eigentlich... Wir müssen es anders messen, dass wir... Nähverbrenner... Die können wir wieder was braten. Die können wir wieder was braten. Kann man nicht schlafen? 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 Ich glaub' schon, oder? Wir haben ja ein Bett. Vielleicht geht's mir dann wieder besser. Oh, man heilt wirklich, wenn man schlaft. Das ist cool. Du jetzt aber nicht schlafen während du kochst, ja? Sonst ist gleich wieder Feuer. Mann, du schaust doch cool aus, wenn du schläfst. Wirklich? Mhm. Ich mach' ein Foto von mir. Ich hab' voll das krasse Bild gemacht. Das muss ich noch schicken. Wo seh' ich jetzt eigentlich meine Scream? Du musst dann halt meine Let's Play anschauen. Hehehehe. Okay. So. Okay. So. Putz was. Oh, das schaut schon gut aus. Schaut... Nimm dir das Schweinefleisch. Das schaut schon geil aus. Hey, ich hab' ja da eher was, was ich essen kann. Keine Munition mehr. Glaubst du, ist das schon fertig, das Schweinefleisch? Das schaut schon ziemlich gut ausgeschaut, ja, ja. Bereite perfekt gebratenes Fleisch aller Arten zu, hab' ich grad als Achievement gemacht. Also, es war anscheinend gut, wie ich das gemacht hab' ich. Hehehe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020